Der kleine Reißkorb. Vor langer Zeit lebte einmal ein Junge, der keinen Vater mehr hatte. Der lebte mit seiner Mutter, die schon seit seiner frühesten Jugend Witwe war. So kam es, dass die Mutter ihn verhätschelte und verwöhnte, denn sie hatte ja nur ihn, den sie lieben konnte. Auch er liebte seine Mutter sehr, weil er von klein auf nichts anderes kannte als den Busen der Mutter. Als er groß geworden war und ein Jüngling, blieb er bei seiner Mutter und verdiente den gemeinsamen Lebensunterhalt. Er war ein fleißiger und tatkräftiger Mann und arbeitete ohne zu ermüden. Aber er war ein Mensch, der keinen Spaß verstand und leicht je zornig wurde. Das freilich wussten die Leute nicht, die ihn bei der Arbeit beobachteten, und so waren sie des Lobes voll über seinen Fleiß. Die Jahreszeit der Feldbestellung war wieder einmal herangekommen, da geschah etwas, und niemand hatte es erwartet. Wie seine bäuerlichen Freunde ging auch der Jüngling hinaus, um sein Feld zu pflügen. Weit war der Weg bis zu seinem Acker, und er musste viele andere Bauernfelder überqueren, bis er schließlich ankam. Darum schlief er oft in einer Feldscheune, um frühmorgens schon Hand an den Pflug zu legen. Viele Tage mussten vergehen, bevor er einmal nach Hause zurückkehrte. Jedes Mal, wenn er in der Scheune übernachtete, brachte die Mutter ihm Reis, Fisch und Speisen des Morgens aufs Feld. Einmal wachte er noch vor Morgengrauen auf. Er wusch sich das Gesicht und spülte den Mund aus. Dann kam er aus seiner Hütte hervor, legte seinem Lebensgefährten dem Wasserbüffel das Joch auf und begann, das Feld zu pflügen. Er setzte sein Herz daran, die Arbeit zu vollenden, denn die Zeit war da, dass man mit den Pflanzen beginnen konnte. Schon eine Weile hatte die Pflugschar ihre Furchten gezogen, als die Sonne über den Horizont erhob. Der Jüngling empfand Hunger, doch bezwang er sich und pflügte fort. Nur von Zeit zu Zeit blickte er in Richtung hinüber, aus der seine Mutter kommen musste, um ihm zu essen zu bringen. Es wurde später und die Sonne stieg schon in den Himmel empor, aber noch immer war keine Spur von der Mutter zu sehen. Sein Sinn verdunkelte sich, aber er wusste sich zu beruhigen und pflügte weiter sein Feld, beharlich und ohne anzuhalten. Die strahlende Sonne ließen die Hitze schon flimmern über der Erde. Er aber pflügte weiter und ertrugte die sengende Glut. Doch sein Bauch schrie und sein Magen forderte Speise und hörte nicht auf. An jedem Tage hatte seine Mutter eine Reihe wichtiger Pflichten zu erfüllen gehabt. Als sie ihre Hausarbeit verrichtete und das Essen gekocht hatte, ging sie in den Tempel, um den Mönchen ihre Speise zu erreichen. Als sie zurückkam, stand die Sonne schon im Vormittag. Die Mutter dachte an ihren Sohn und beeilte sich, sein Mahl zusammenzustellen und die Speisen in den Tragkorb zu stellen. Aus dem Topf schöpfte sie Reis und schüttete ihn in ein Reiskörbchen. Weil sie diesmal einen der kleineren Körbe gegriffen, drückte sie den Reis darin fest zusammen, denn es war schon spät und der Sohn musste heute besonders hungrig sein. Ihr Kind sollte sich satt essen können. Mit keinem Gedanken dachte sie daran, was um des Reiskörbchens Willen geschehen könnte. Das Essen war verpackt und so eilte sie mit beiden Körben aufs Feld. Unterwegs dachte sie wohl viele Male, wie fürchterlich hungrig ihr Kind jetzt sein müsste. Sie beschleunigte ihre Schritte und es war schon fast, als liefe sie. Der Jüngling, ihr Sohn, wartete noch immer auf seine Mutter. Und als die Sonne schon fast im Mittag stand, war sein Hunger so groß geworden, dass sein Herzstrom davon fast aussetzte. Müde war er, sehr müde. Die kalte Wut packte ihn. Er nahm das Joch von des Büffels Schulter und schmetterte es zur Erde. Zur Scheune führte er das Tier, das sein einziger Freund war in der Not. Dort band er den Büffel an und der fraß das Gras, das vor ihm weit lag. Der Jüngling selbst stellte sich hin und blickte den Weg entlang, den die Mutter zu kommen pflegte. Schließlich erspähte er sie in der fernsten Ferne. Hunger und Zorn machten, dass er Flüche ausstieß gegen die Mutter. Hätte sie es gehört, gewiss hätte sie ihn nicht gescholten, denn sie liebte ihren Sohn und besaß großes Verständnis für ihn. Er war hungrig, sonst hätte er nimmer Böses gesprochen. Die alte Frau eilte, so schnell ihre Füße sie tragen mochten, ihrem Sohn entgegen, dass er endlich zu seinem Reis käme. Als sie ihn erreichte, sah sie, wie sehr der Jüngling unter dem Hunger litt. Als sein Blick auf den Reiskopf fiel, der kleiner war als gewöhnlich, flammte der Zorn in ihm auf und er schrie, ohne zu überlegen, wahrlich, in einem kleinen Korb bringst du heute den Reis. Kaum einen einzigen Bissen scheinst du mir zu gönnen. Die Mutter entgegnete voll Liebe, iss nur mein Kind, viel Reis habe ich den Korb getan. Wenn du nicht satt wirst, will ich gern gehen und mehr für dich holen. Die Mutter gab ihrem Sohn nun den Reisbehälter und den Speisekorb, aber der Jünglingszorn wallte nur stärker noch auf. Sein Gesicht war von der Röte der Wut übergossen. Ohne Besingung sprang er vor und versetzte seine Mutter einen gewaltigen Tritt in den Leib. Sie stürzte. Der Korb mit dem Speisen und der Reisbehälter flogen beides im hohen Bogen fort. Aber nicht genug. Der Jüngling packte das schwere Joch, hob es in die Höhe und schmettete es nieder auf das Haupt der Mutter. Der Verstand hatte ihn verlassen und er brüllte los. Du Heuchlerin, du Vettel, ich allein habe dich gefüttert jeden Tag. Du aber vergilzt es mir durch Falschheit. Die Mutter war verstummt. Er schenkte ihr keinen Blick, sondern wendete sich ab und fiel über das Essen her. Das er vom Boden zusammensuchte. Er setzte sich in die Feldscheune und schlang die Speisen in sich hinein. Als der Geschmack des Mahles seinen Bauch durchzog, legte sich allen Mädels seine Verbitterung und machte einer satten Zufriedenheit Platz. Sein Zorn war verraucht. Er aß und aß von dem Reis, bis er satt war. Und wie die Mutter vorausgesagt hatte, der Korb war bei weitem noch nicht leer. Da dachte er plötzlich wieder an seine Mutter und heiß durchfluchtete ihn die Reue. Wo war sie geblieben? Voller Selbstvorwürfer sprang er auf, stellte den Reiskorb nieder und eilte aus der Hütte. Zu der Stelle lief er hin, wo er seine Mutter reglos liegen sah, den Kopf von Blut überströmt. Er stürzte nieder, umfasste der Mutter dürren Leib und rief, Mama, Mama, Mama! Aber es gab keine Antwort. Die Lippen der Mutter blieben stumm. Er hob die Mutter hoch und drehte sich um. Da sah er, dass ihr Gesicht ganz fahl war und ihre Augen geschlossen. Kein Atem war mehr in ihr. Außer sich vor Angst presste er die Mutter an sich und schüllte ihren Leib, aber die Seele hatte ihn bereits verlassen. Mit zitternder Stimme versuchte er sie zu wecken, während sein Augenwasser im Strom herniederfloss. Nun kamen ihm die Gedanken wieder und er erkannte, dass er zum Mörder der eigenen Mutter war. Mama, Mama, Mama! wimmerte er. Bist du denn tot? Und ein Kind wollte dich nicht töten! Er legte sein Gesicht an den Busen der Mutter und weinte wie ein Kind. Er dachte an die Güte seiner Mutter und ihre unermessliche Liebe, die so groß war, dass nichts sie ihr verbleichen ließ. Weinen drückte er den erkalteten Leichnam an sich, aber seine Tränen, die wie Strom des Blutes hervorbrachen, konnten die Mutter nicht mehr ins Leben zurückholen. Er wusste nun, was für eine Sünde er auf sich geladen hatte. Den Leichnam der Mutter bettete er auf den frisch gepflügten Acker. Zum Dorf ging er hin, um es den Bauern zu sagen. Sie sollten kommen und ihm helfen, den Leichnam der Mutter auf jenem Felde zu verbrennen. Die Bauern sprachen Böses hinter seinem Rücken, weil er sich undankbar erwiesen und die Tugend seiner Eltern verachtet. Er erfuhr es und schämte sich. Denn wem sollte er Vorwürfe machen, wenn nicht sich selbst? War es doch sein eigener Fehler. So legte er Hand und begann, Tonerde zu formen und Ziegel zu brennen. Dort, wo er das Verbrechen begangen hatte, wo die Mutter gestorben war und ihr Leichnam verbrannt, wollte er eine Pagode errichten zu ihrem Gedenken. Die Knochen der Mutter sammelte er auf und schloss sie in die Pagode ein. Er selbst wurde Mönch und erbaute sich bei der Pagode eine Zelle, um das Heiligtum zu hüten. Vor der Asche der Mutter kniete er nieder und sprach einen feierlichen Schwur. Diese Pagode werde ich bewachen und die geistlichen Gesetze befolgen, um für die Mutter in jener anderen Welt Verdienste zu sammeln bis zu meinem Tode. Und nach meinem Tode will ich der Hüter der Pagode bleiben, alle Zeit, bis die Pagode niederbrechen und wieder zu Erde und Sand wird. Dann erst will ich gehen, um in der nächsten Welt wiedergeboren zu werden. Den geistlichen Boten folgte er, bis sein Leben beendet war. Aber sein ganzes Leben lang blieb sein Gewissen bedrückt durch den Muttermord. Seine Schuld folgte ihm nach auf Schritt und Tritt. Sein Herz trug die Last der Sorge und der Kram über seine Versündigung ließ ihn nie mehr los. Im nicht